hallo leute heute nächste woche samstag mario kart 7 fahren um 16 uhr ihr könnt ihr dann in meine community fahren dann auf community so dann steht hier meine community da steht der code der code ist 364 599 7757 4187 so ist der code wenn ihr wollt könnt ihr nächste woche samstag um 16 uhr mit mir fahren wenn ihr den rest hier wollt könnt ihr hier auf code eingeben und dann könnt ihr hier dann den code eingeben und dann könnt ihr schon mit mir fahren wir sehen uns dann ab nächste woche samstag in meine community da ist mir mal ein code weil die zeit sind kurz auskost nochmal so da ist ein code ihr könnt dann nächste woche samstag mit mir mal kart 7 fahren und bis dann leute und haut rein